Um jetzt unsere gestreckten Arme noch wahrzunehmen, setzen wir uns in den Winkelsitz. Jetzt geht der Partner dran und testet die gestreckten Arme durch Druck, entweder von oben oder an den Armen. Jawohl. Hier ist wichtig, dass wir gerade sitzen. Der Patsy-Buy unterstützt den geraden Sitz dadurch, dass ihr eng am Rücken sitzt.